Seit 1989 leitet Birgit Steyl das Trierer Familienunternehmen Steyl Kranarbeiten. Angefangen hatte sie einst als hochverschuldete Unternehmerin. Aktuell beläuft sich der Jahresumsatz auf ca. 40 Millionen Euro. Heute zählt das Unternehmen mit 110 Kranen, 300 Beschäftigten und 5 Stützpunkten zu den 10 größten Krandienstleistern Deutschlands. Im Raum Saarlor Lux ist es die Nummer 1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017